Wo, ja, wo ist meine Fledermaus? Oh, wo kann sie sein? Ich wollte gerade überlegen, die Folge zu werden, aber nein! Den Fight machen wir noch! Damit steht mal viel Spaß hier! So, wir helfen den Polizisten mal! Gibt ja nicht nur böse Polizisten, ja? Was will der Freak, ja? Ich will nur Gerechtigkeit, der Dixer. Da geht mal drauf hier. Oh, das ist doch frech. Das ist doch frech. Ja. So. Hab vorhin übrigens gelesen, dass dieser Schlag hier doppelt so viel Schaden macht wie ein normaler Schlag. What the fuck war das gerade? Das wusste ich gar nicht. Bis vor kurzem. So, wollen wir mit denen reden? Ach, scheiß drauf. Weiter geht's, ey. Wo ist Joker? Wo ist vor allem, wo, vor allem ist Bane? Boah, dieses Feuer ist ekelhaft. Also ohne Scheiß, das ist ja peinlich. Vor allem hier, da sieht's doch schön 3D aus. Und hier, was ist das? Gott. Da bringt auch nicht mehr, da bringt auch Jokers grüne Lachgefits nicht mehr. Wollte mich nicht rauslassen. Aus gutem Grund. Ich mag's nicht, wenn man meine Zeit verschwendet. Mich töten zu wollen war eindeutig Zeitverschwendung. Nun, deswegen musst du keine Angst mehr haben. Es sei denn, ein anderer bietet 50 Millionen Mäuse. Ich hatte keine Angst. Deathstroke, ne? Härtester Bossfight. Einfach, wow, wow, wow. Es geht hier unten, ne? Der, what the fuck, dieses Feuer. Also, manchmal, ne, frage ich mich bei dem Spiel wirklich, was die sich hier dabei gedacht haben. Wow, auf geht's ins Gemetzel. Jawohl, erst mal richtig eine abgekriegt. Oh, Alter. What the fuck, ey? Oh, das sind schon wieder hier so Kampfkünstler, ja? Und drauf. So, wir müssen ja nur schauen, dass wir an unsere Schockhandschuhe kommen. Oh, ich stelle mich gerade echt mega genial an, muss ich sagen, ja? So, mein Freund. Oh, der war... Ey, da wurde mir das Konterzeichen noch angezeigt. Was soll die Chance sein? So, jetzt aber. Nein, ihr miesen Wichser. So, einmal geht noch. Boah, gehen da viele drauf. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich sehe nichts mehr. Was ist das? Für ein Riese. Alter. Alter, was ist denn das, was hier aus so einem riesigen Opa hat? Du Scheiße. Der sieht ja aus, ey. Alter, ich bin gerade sowas von schlecht. Das gibt's ja gar nicht. Boah. Lass mich. Scheiße. Jetzt werde ich dich betäuben, mein Freund. Nein. Ey, das ist ja unfassbar. Vorhin habe ich noch im Herausforderungsmodus gebattalt. Auf extrem. Und habe sie fertig gemacht. Und jetzt kriege ich hier eine nach der anderen eingeschenkt. Das gibt's nicht. Das kann ich nicht wahr sein. So, da ist der Riese. Moment, da haben wir jetzt gerade was ganz Schönes. So, jetzt kriegt er auf die Fresse. Und nicht nur der, sondern... Was machst du denn, du Batman? Du bist jetzt vollkommen behindert. Das war richtig schlechter Kampf. Entschuldigung dafür. So was, äh... Hey, hey. Das ist natürlich scheiße. Okay, okay. Aber das hätte man auch geklärt. Soll ich mal sagen? Keep out steht da. Nix da. Weiter geht's. Zugang zum Panopticon. Ich freue mich tatsächlich drauf. Und ihr hoffentlich auch. Denn wir sehen uns in der nächsten Folge. Und wir sagen, bis dahin. Hoffentlich hat es Spaß gemacht. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, könnt ihr mich ja abonnieren oder das Video liken. Das reicht eigentlich auch schon. Oder wenn ihr wirklich dranbleiben wollt an meinem Kanal, dann auf Facebook. Der Link ist in der Beschreibung. Einfach auf Gefällt mir drücken. Dann wählt ihr mit allen neuen LPs immer wieder versorgt. Also, bis dahin. Ciao.